Liebe Gitarrenfreunde, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Gitarrensammler. Jetzt haben wir uns noch länger nicht gesehen, über einen Monat haben wir keine Sendung gemacht, aber es ist Gott sei Dank, muss man sagen, rundherum wieder so viel los. Ich war auf so vielen Konzerten wie schon lange nicht. Der Bandbetrieb läuft auch wieder an, also es wird wieder mehr Gitarre gespielt, das drüber gesprochen. Und die Kamerafrau hat wieder mit dem Gymnasium begonnen und auch weniger Zeit. Aber heute muss ich euch unbedingt was zeigen. Im allerersten Beitrag habe ich euch ja meine Stratocaster 25th Anniversary aus 1979 gezeigt. Die kam, wie gesagt, zum silbernen Jubiläum der Stratocaster, 25 Jahre. Und die Gitarre war lange Zeit mein Liebling. Dann habe ich, wie wir alle schon oft gehört haben, lange Pause gemacht. Und als ich wieder begonnen habe, sind mir mehr die Les Pauls plötzlich dann interessant geworden und ich habe mich mehr auf die Les Pauls verlegt, aber ich bin wieder zur Stratocaster zurückgekommen. Nichts lang her hat ja Max eine wunderbare John Mayer Black One vorgestellt. Und spätestens seit ich diese Gitarre gespielt habe, wusste ich, ich möchte eine schöne Custom Shop Stratocaster. Ich suche ja schon länger. Und jetzt bin ich fündig geworden. Und das möchte ich euch zeigen, was ich da seit kurzem habe. Vom 25. Geburtstag vom Silberjubiläum der Stratocaster kommen wir jetzt zum 50. Zum Goldjubiläum. Fender hat 2004, die Stratocaster ist ja 54 erschienen, das 50-jährige Jubiläum mit der Stratocaster gefeiert. Und da gab es eine Fülle von Sondermodellen. Es gab eine ganz kleine Serie von einer Master-Build aus dem Custom Shop in Sunburst. Das ist nicht so ganz mein Fall bei der Stratocaster. Es gab eine günstige mexikanische. Es gab eine mittelteure amerikanische. Und dann gab es eine kleine Serie von Goldenen Custom Shop 50er Stratocaster. Und da gab es drei verschiedene Modelle. Das waren die 56er, natürlich noch mit dem Maple Neck. Dann gab es die 60er, das ist diese hier. Für mich ganz besonders interessant, weil das mein Jahrgang ist. Mit dem Rosewood Board und mit der kleinen Kopfplatte, in dem Fall auch mitlackiert, noch mit dem alten Schriftzug. Und dann gab es noch die 65er. Die 65er hatte auch das Rosewood Board und hatte schon den Transition Schriftzug, also das größere Fender Logo auf der Kopfplatte. Von allen hat mir ganz abgesehen vom persönlichen Bezug zum 60er Baujahr, die immer am besten gefallen. Es gab von diesen goldenen Stratocasters insgesamt ungefähr 300. Man kann nicht ganz genau sagen, wie viele auf die einzelnen Modelle entfallen sind. Aber schätzungsweise gibt es keine 100 Stück von der. Also das ist schon sehr, sehr selten. Ich wollte immer eine wirklich gute Custom Shop Stratocaster haben. Nachdem ich die 25er ja mit dem Maple Neck hatte, wollte ich unbedingt eine mit Rosewood Neck. Es sollte auch die kleine Kopfplatte haben. Und ein paar Farben sind mir besonders ins Auge gestochen. Gold war im ersten Blick nicht dabei. Auf die habe ich gar nicht spekuliert. Aber als ich diese Gitarre gesehen habe, spätestens dann, wusste ich, das ist jetzt genau das, was mir gefällt. Passt doch wunderbar zur 25er natürlich dazu. Aber ganz speziell, nicht nur dieses Modell, sondern dieses eine Stück, das ich hier habe, hat einfach ein Aging, das mich wirklich umgeworfen hat. Das schaut so charaktervoll und toll aus. Die Gitarren waren ja vom Custom Shop direkt schon gealtert, hatten schon leichte Risse, schon Abnutzungserscheinungen. Aber in dieser Form, mit diesem grünspanigen, wie das Gold sich ja hier ergibt und mit diesen starken Rissen, habe ich keine gesehen. Ich habe überhaupt nicht viele gesehen. Es gibt ja nur ganz wenige davon. Aber von einigen gibt es Bilder, die sind bei weitem nicht so schön im Aging wie diese. Das ist offensichtlich das Ergebnis des Custom Shops, der Werksbehandlung und dann einigen Jahren wirklich intensiven Bühnenbetriebs. Ich habe die Gitarre ja von einem Profimusiker gekauft, Meister Ede. Manche werden ihn kennen. Er handelt ja immer mit sehr interessanten Gitarren. Und das war seine persönliche Tourgitarre, mit der er lange Zeit getourt ist. Und er hat mir auch persönlich geschrieben, diese Gitarre hat viele Bühnen gesehen und hat ihm sehr, sehr gute Dienste geleistet. Und jetzt freue ich mich umso mehr, eine echte Profi-Gitarre ergattert zu haben. Vielleicht ein wenig zu den Spezifikationen dieser Gitarre. Die Farbe nennt sich Aztec Gold. Die Hardware ist ebenfalls in Gold ausgeführt. Natürlich schon mit einigen Aging-Spuren. Und wenn man das hört, Gold mit Goldener Hardware, könnte man sich vorstellen, kitschig. Das klingt so nach Tanzmusikern in weißen Anzügen und goldenen Krawatten. Aber es hat damit überhaupt nichts zu tun. Diese Gitarre ist wirklich cool. Die hat überhaupt nichts Kitschiges, finde ich. Es gibt diese besondere Halsbefestigungsplatte mit der 50er-Gravur. Und was sind die Unterschiede zur 25er? Was mir besonders aufgefallen ist, ist im ersten Angreifen mal das Gewicht. Die Gitarre hat, glaube ich, fast einen Kilo weniger als die 25er. Das ist ja schon mal sehr angenehm und ein Zeichen, dass wirklich sehr gutes Holz verwendet wurde. Dann, die Pickups sind wesentlich anders. Diese Pickups haben die gesteigerten Pole Pieces. Also das heißt, bei den hohen beiden Seiten sind die Magneten weiter drinnen. Und diese Seiten sind daher nicht so hervorstechend. In den Höhen ist die Silberne wesentlich direkter, manchmal auch schärfer. Im Gesamton ist diese Gitarre wesentlich runder. Ich finde auch, dass die Seitentrennung, die straffen Pässe und alles sehr gut herauskommt. Also man merkt schon, das ist wirklich hohe Qualität des Custom-Shops. Ich habe aber auch festgestellt, neben dieser Gitarre ist die 25er keineswegs ein schlechtes Instrument. Also mir macht die trotzdem noch Spaß. Sie sind verschieden, aber gut oder schlecht, die ist natürlich etwas besser. Aber die sind beide sehr cool. Als ich die Gitarre zum ersten Mal bei einer Bandprobe gespielt habe, waren alle begeistert, wie gut die Gitarre im Gesamtmix klingt. Sie hat sich gut durchgesetzt, aber nicht nach vorne gedrängt. Das ist auch ein Zeichen der Qualität dieser Gitarre. Die hat sich einfach wunderbar harmonisch in den Bandmix eingefügt. Aber hören wir uns vielleicht ein paar Dinge an. Ich spiele jetzt nur ein paar beliebige Sachen über eine Akkordfolge drüber, dass man diesen typischen Stratokasterklang, den mir so gut gefällt, hören kann. Also ich denke, ein Stratokaster hat so etwas Typisches, das kann man durch nichts ersetzen. Selbst wenn man noch so viel der Les Pauls oder sonstige Gitarren spielt, eine gute Stratokaster muss einfach sein. Und das nicht nur zum Sammeln, sondern auch wirklich zum Spielen in einer Band. Ich glaube, es wird nicht die letzte Stratokaster sein. Ich bin jetzt wieder so richtig draufgekommen, wie gut diese Gitarren sind. Danke wieder, dass ihr dabei wart. Vielleicht werde ich demnächst auch wieder einen Besuch machen. Mit dem Gitarreheben habe ich dann schon etwas in Planung. Das wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Aber es kommen sicher wieder ein paar interessante Beiträge. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Channel abonniert und wieder dabei seid beim nächsten Mal. Dann alles Gute und bis bald beim Gitarrensammler. Dann alles Gute und bis bald. Vielen Dank.